heute wieder ein bisschen was aus dem bereich fotografie und zwar habe ich da so eine kleine anforderung ich würde nämlich gerne in der zeitraffer machen habt ihr bestimmt schon mal gesehen das ist wenn sich alles irgendwie so ein bisschen sehr viel schneller bewegt ja normalerweise wenn ich das hier in videos mache dann nehme ich einfach das videomaterial zu haben das geht natürlich aber wenn es über längere zeiträume geht dann macht man das sinnvollerweise etwas anderes man nutzt nämlich nicht ein video als eingang sondern fotos einfach weil es weniger platz braucht hier so ein video laufen lasse dann ist die sd karte halt schnell voll also wir brauchen fotos in regelmäßigen abständen das erste was ich da häufiger nutze ja das ist sinnvollerweise so eine übliche kamera also spiegelreflexkamera hier in dem fall problem an der sache ist naja ich sagte eben etwas wir müssen da ja regelmäßig bilder machen und naja regelmäßig bilder machen heißt wir müssen irgendein signal haben was regelmäßig ihm sagt mach mal bitte ein foto bei spiegelreflexkameras ist es eigentlich nie ein problem denn die haben meistens irgendwo eine klappe mit anschlüssen und hier ist einer dabei an den kann man einen fernauslöser anklemmen da gibt es dann entsprechend entweder selbstgebaute mit arduino oder fertige wo man eine zeit einstellen kann und nach x sekunden oder minuten gibt er ein signal mach mal bitte ein foto das klappt natürlich anwandfrei bei den canon eos geht sogar noch einfacher da gibt es entweder direkt in der firmware oder über magic lantern das ist eine custom firmware dafür die möglichkeit das auch in software zu machen allerdings kleines problem die zeitraffer die ich machen möchte die ist draußen und ich weiß nicht ob ich hier die kamera draußen haben möchte es ist zwar überdacht aber luftfeuchte und so weiß ich nicht weiß ich nicht weiß ich nicht also kamera nicht so schön als option andere möglichkeit die wahrscheinlich so ziemlich jeder von euch haben dürfte und die in vielen fällen auch wetterfest ist handy ja die meisten handys haben heute apps drauf oder es gibt apps dafür um zeitraffer aufnahmen zu machen problem hier naja die alten handys die ich habe die haben nicht so eine berauschende bildqualität und die neueren die benutze ich eigentlich das heißt die möchte ich jetzt auch nicht unbedingt da irgendwie draußen rum liegen lassen um da zeitraffer zu machen also was jetzt naja was ist denn mit alten digital kameras weil naja heutzutage jeder hat ein smartphone in der tasche und macht videos oder fotos damit und wer es professioneller haben will der hat meistens eine etwas größere kamera das heißt diese ganzen heimanwender kameras die es früher gab die will irgendwie keiner mehr haben und ja ich habe hier noch eine rumliegen das ist diese hier wir sehen eine canon powershot a 590 8 megapixel ist jetzt nicht so dolle aber müsste reichen und ja gucken wir einfach mal ob wir die noch ans laufen kriegen prinzipiell war die glaube ich noch einsatzfähig das letzte mal als ich da dran war also mit etwas glück klappt das auch hier haben wir an der seite ein anschluss hier für dc in das ist natürlich sehr praktisch weil wir müssen natürlich dauerhaft strom haben irgendwie das heißt also stromversorgung über gegebenenfalls mehrere stunden oder tage es wird schon schwer aber ansonsten naja wir haben eine mini usb und was auch immer das ist av aus also audio video ausgang aber nichts wo jetzt zumindest mal dran steht remote trigger wohingegen hier auf die flasche gucken da ist dieses symbol für diese fernauslösung mal gucken aber ich sagte ja eben bereits für die canon eos die ich da habe da gibt es eine custom firmware namens magic lantern das ist ja auch eine canon wie sieht es denn da aus ja und da gibt es auch etwas an custom firmware das nennt sich chdk und das wird dann so auch das sein was mein plan ist zu benutzen gut ich würde sagen erst mal gucken wir mal ob das ding noch funktioniert wetterfest ist sei jetzt nicht unbedingt aber wie gesagt will halt keiner mehr haben von daher ist jetzt nicht so tragisch wenn es kaputt geht haben wir mal ein paar batterien rein und gucken einfach mal ob das ding überhaupt noch lebt rein kommen zwei aa zellen und hier sehe ich gerade cr12 20 da scheint mal eine knopfzelle für die uhr drin zu sein ich hoffe die ist relativ egal ja ansonsten wie gesagt am schluss werde ich es eher per dings machen was haben wir hier auto on off und okay das display ist leicht kaputt sind hier sind ein paar streifen an der seite aber ich kann zumindest noch sehen was ich da drücke datum uhrzeit einstellen ist jetzt mal egal keine speicherkarte und sieht sieht gut aus ich kann was sehen nach sonst mal drin hier vorne aber objektiv es klingt jetzt eventuell nicht so gesund aber sieht gut aus und ich mache mal gerade hier scharf stellen scheint auch noch zu funktionieren er fummelt jedenfalls am fokus rum äh gab es nicht ja makro ja können wir sogar scharf stellen wunderschön okay ähm keine speicherkarte und batterie batterie leer okay er zeigt mir an die batterie wäre leer das ist jetzt interessant weil die kommen frisch aus der packung das ding zieht also offensichtlich doch ein bisschen was prinzipiell sollte es aber auf jeden fall gehen okay dann suche ich mir mal eine sd karte gucken ja mal eine alte 16 gig klasse 6 mal gucken ob er die annimmt also rein damit gerade gucken ist der schreibschutz draußen das problem bei sd karten ist immer so ein bisschen die kompatibilität datum uhrzeit wollen wir nicht und sieht gut aus er hat auf jeden fall keine meldung und was können wir fotografieren hier da katze und hey katze wunderschön also fotos machen scheint das ding noch zu können gut also software chdk canon hack development kit das ganze hat im gegensatz zu vielen anderen projekten keine wirkliche eigene webseite sondern wir sehen hier schon die url chdk.fandom.com also irgendwie so eine shared wiki wie es aussieht aber das ist die richtige seite die gibt es schon irgendwie seit jahren oder sogar jahrzehnten wahrscheinlich und wie wir sehen können da steht im prinzip alles wichtige das ganze ist eine temporäre firmware das heißt die bootet man von der sd karte auf der kamera aber sobald man die kamera ausschaltet und wieder einschaltet ist nichts mehr davon da das heißt also die originalfirmware wird nicht überschrieben gibt trotzdem keine garantie und ja das ganze natürlich frei als sowohl kostenlos als auch unter einer freien lizenz die man mehr oder weniger bearbeiten kann gpl ja leider keine komplett freie aber immerhin open source ansonsten die hauptfunktionen es gibt ja professional control man kann also zum beispiel raw dateien aufzeichnen also quasi digitale negative was die kameras normal nicht können man kann bracketing und solche sachen machen also viel mehr belichtungskram was die kameras offiziell nicht können man kann hier solche zebra modi oder ein histogramm einblenden irgendwelche grids also rast darüber um zum beispiel den goldenen schnitt zu finden und so wir haben eine motion detection drin also wenn sich was bewegt ein bild machen zum beispiel für wildkameras interessant es gibt eine möglichkeit das ding per usb fernzusteuern und scripting das ist das was für uns wichtig ist wir können eigene skripte machen zum beispiel hier steht es ja schon timelapse okay soweit so gut wie wir sehen gibt es dann rechts eine riesen liste mit kameras die unterstützt werden das sind üblicherweise solche kleinen pocket kameras und keine größeren also so eine eos wird man da eher nicht dabei haben wenn wir hier mal gucken hier gibt es die g modelle aber bei der eos nur die eos m serien wir hatten hier lasst mal schauen eine powershot a 590 also gucken wir mal ob man die hier finden a 590 da ist sie und jetzt gibt es ja allerdings zwei wie wir sehen und zwar die 100e und 101b das sind unterschiedliche firmware versionen das heißt wir müssen auf der kamera gleich mal gucken was für eine firmware version wir haben da kommt es dann drauf an ansonsten hier kommen die specs normalen gucken von der kamera und hier auch die auflösung der sensor selber macht 3 3 3 6 x 2 4 80 und in jpeg geht es dann auf 3 2 2 4 8 runter also natives 4k kriegen wir selbst mit raw nicht hin aber na genug sonst nicht viel drin für uns interessant ist aber auch eigentlich nur der download da können wir hingehen und hier unten gibt es irgendwo den latest stable build oder den latest unstable build unstable hat gegebenenfalls mehr versionen aber wie der namen schon sagt eventuell nicht ganz so stabil wir wollen den stable ich möchte über längere zeit stabil laufen und wir werden jetzt hier weitergeleitet auf die webseite von mightyhörnchen.de das ist glaube ich einer der autoren der hostet hier die dateien und hier müssen wir nochmal gucken das war die 590 genau und hier gibt es eine full und eine light version in den meisten fallen wollen wir die full wir reden hier von unter eine megabyte ich glaube so viel platz haben wir auf der sd karte noch drauf also gucken wir gerade noch mal was er denn hier sagt fernware mäßig datum uhr zeit ist ja gut fernware können wir die hier sehen nö ah ich erinnere mich dunkel man könnte natürlich jetzt die anleitung durchlesen aber ich habe es irgendwann schon mal benutzt deswegen mache ich das jetzt so und zwar man muss im wiedergabemodus sein sonst kommt man in die firmware nicht ran also drücken wir den hier mal zack rüber auf wiedergabemodus einschalten jetzt müssten wir im menü auch die firmware haben ne okay interessant ähm ich hole jetzt einfach mal die 101b firmware denn ich bin mir relativ sicher dass ich die kamera regelmäßig aktualisiert habe das mache ich eigentlich immer wir sehen das ist eine zip datei die ja runtergeladen hat und was wir jetzt benötigen ist die sd karte die am ende die kamera reinkommt das heißt die plus natürlich dann ein sd karten leser um da dran zu kommen in den pc rein und ja wahrscheinlich ist die karte jetzt halbwegs leer oder nur irgendwie ein paar bilder drauf die wir gemacht haben wir müssen hingehen und müssen uns die zip datei holen wenn wir gucken hier sind verschiedene dateien drin unter anderem die ps.f12 und die diskboot.bin plus ein ordner cadk wo die ganzen skripte drin liegen und das einzige was wir machen müssen der readme wird so wahrscheinlich drin stehen ist das ganze zu holen und überraschung wohin gehört das wohl richtig das schieben wir hier auf unsere sd karte einfach mitten drauf muss in der root liegen so dass direkt auf der sd karte diese bin datei und so weiter drin ist dauert einen kleinen moment bis das kopiert hat hier bei mir und danach die karte natürlich sicher auswerfen das war's dann schon also schauen wir mal ob das funktioniert sd karte mit der firmware also rein dann schauen wir mal im play modus also zum abspielen auswählen dann gucken dass wir in die kamera reinkommen wenn wir jetzt ins menü gehen haben wir jetzt hier ah firmware update ganz unten im play menü ihr sagt jetzt hier von version 1 0 0 0 auf 1 1 0 ja das passt schon ok jetzt sehen wir es geht aus und passiert was es bringt hier ein bisschen vor sich hin ok das sieht fast so aus als ob es nicht funktioniert hat kamera hat sich aufgehangen nichts bewegt sich mehr ich kann es auch nicht mehr ausschalten ja hat wohl was nicht geklappt entweder dass die sd karte nicht sauber läuft oder wir haben die falsche firmware ich spiele mal kurz die für die andere firmware noch mal drauf glücklicherweise wie gesagt wir können einfach batterie raus batterie rein und wir sehen jetzt klappt wieder alles mit der original firmware wie vorher das ist das was da stand dass das ganze temporär wäre gut ich bin mal gerade die andere rein und bei der magie des video editierens einmal noch mal die andere firmware für die 1 0 0 e was glaube ich selbst spielchen menü firmware update ok und das sieht besser aus vom cdk wunderschön gut ja nicht identifiziertes bild was wir jetzt machen müssen wir können jetzt ja nicht ausschalten und wieder einschalten dann wäre ja wieder alles weg stattdessen gehen wir hier einfach in den aufnahmemodus und wir sehen wir haben jetzt hier schon ein paar mehr icons wenn um die batteriezustand wie viel sd karten platz noch frei ist haben die temperatur eine uhrzeit oder runtime müsste das sein und es gibt noch viel mehr der funktion drücken kommen wir scannen funktionsmenü wenn wir menü drücken kommen scannen menü was soll denn das wir wollen doch cdk oder naja der trick ist der alternate button oder hier in dem fall heißt er druck button hier oben wenn wir da drauf drücken sind wir unten eine einblendung alt alternate und bewährt es ja jetzt hat er schon die hilfe eingeblendet aber was wir machen können ist entweder hier auf set drücken da können wir skripte bauen und benutzen oder im menü können wir jede menge sachen machen und alles was hier drin ist das sind alles funktionen die man nutzen kann muss nicht heißen dass er auf jeder kamera auch funktionieren aber man kann jetzt zum beispiel bei foto operations jede menge sachen machen man kann die ev step einstellen die iso überschreiben das heißt also isos fahren die die kamera offiziell gar nicht kann man kann dinge machen irgendwo müsste es drin sein müsste ich gucken wo es überall ist genau hier histogram und so kann man einblenden zebra kann man einblenden und es gibt noch ein paar schöne sachen zum beispiel hier unter misc da haben wir einmal games das heißt also wer hier irgendwie mastermind oder snake auf seiner kamera spielen möchte oder tetris der kann das tun und was mir aber hier unten am wichtigsten ist es noch sd karte und zwar können wir hier sagen make sd card bootable bootable sd card heißt wenn die sd karte drin ist würde er jedes mal beim einschalten cdk laden und das möchte ich machen also finde ich jetzt haben wir es so dass jedes mal wenn wir die kamera einstellen einschalten cdk automatisch geladen wird gut gucken wir mal wie es jetzt aussieht mit unserer ähm dings hier für skripte also timelapse dazu gehen wir hier auf funktion load script vom file und die intervall punkte lua die klingt gut und wenn wir das gemacht haben dann haben wir hier unten wie wir sehen neuen eintrag intervallometer sekunden hier würde jetzt alle 15 sekunden ein bild machen was auch noch gibt ist autostart und äh script shoot delay äh script shoot delay braucht man eigentlich nicht autostart würde ich sehr empfehlen auszulassen ansonsten würde er sobald man die kamera einschaltet das skript hier laden und starten was dann halt hier heißen würde er fängt an irgendwie timelapse fotos zu machen kann ein bisschen chaotisch enden wenn man eine kamera anschaltet und die dann plötzlich dinge tut ähm deswegen lasse ich sie lieber aus und starte es per hand hier muss man dann erstmal gucken wie weit wird das hochdrehen das kann man natürlich dann ausrechnen das müssen wir gleich mal am pc machen im prinzip ich habe jetzt hier 15 minuten eingestellt wir sehen hier unten intervallometer steht da und wenn wir jetzt hier einmal auslösen dann sehen wir jetzt hier startet intervallometer hat jetzt ein foto gemacht dauert ein bisschen und nach 15 sekunden macht er dann entsprechend das nächste foto und am ende haben wir unsere fotos gerade mal abwarten und genau jetzt hat das zweite gemacht sobald man den auslöser wieder drücken interrupted das heißt also jetzt haben wir abgebrochen und wenn wir hier gucken haben wir hier zwei fotos hooray das ist weg dann kann man es besser sehen da sind unsere zwei fotos und ein nicht identifiziertes bild ist jetzt nicht von uns wir sehen auch eine dateigröße von so ungefähr 1,5 megabyte können wir annehmen wobei das bild jetzt halt schwarz ist von daher gerade eins machen irgendwie wo was drauf ist ja 1,75 also sobald mehr bildinformationen da sind geht die dateigröße hoch gut kann man die löschen ja die können wir löschen fein und ja im prinzip all set also gucken wir mal wie lange mal aufzeichnen wollen was für ein intervall das sinn macht es wäre auf jeden fall cool wenn es ein intervall ist der jeden tag quasi gleich ist also dass man irgendwie beim teilen da auch 24 stunden raus kommen prinzipiell wir haben 32 gigabyte sd karte drin sagen wir mal wir machen den standard rechen weg von hersteller also benutzen 1000 dann wären wir etwa bei 32.000 megabyte wir wissen dass ein bild sagen wir mal ungefähr 2 megabyte braucht bild das heißt also bilder haben wir dann entsprechend 16.000 die wir speichern können pi mal daumen jetzt ist die frage wie lange wollen wir aufzeichnen ich möchte ungefähr sagen wir mal etwa zwölf wochen also 84 tage da haben wir 90 draus eine schöne zahl 90 tage jetzt ist die frage bilder pro tag wie viele könnten wir machen 16.000 bilder 90 tage mehr als genug 177 bilder pro tag minuten pro tag haben wir was 24 stunden mal 60 minuten sind 1440 das heißt wir haben das geteilt durch das hier alle 8,1 minuten pro bild das klingt mir jetzt spontan etwas overkill heißt aber auch gleichzeitig egal was ich mache ich habe sehr wahrscheinlich mehr als genug platz machen wir mal einen anderen ansatz sagen wir mal ich möchte jede stunde ein bild das wären dann 24 bilder am tag das hieße wir könnten 660 tage eine aufnahme machen definitiv genug machen wir mal 0,5 stunden pro bild alle halbe stunde ein bild jetzt stimmt es dann hätte mir immer noch 33 tage wäre mehr als genug ich denke ich gewinnt eine halbe stunde in sekunden dann stelle ich das dann mal so ein lassen wir mal einen tag laufen gucken wir mal ob es funktioniert ja und so sieht das ganze hier aus die kamera steht jetzt hier entsprechend vom blumenkübel und darf der blume beim wachsen zugucken ist wie gesagt halbwegs überdacht von daher das sollte passen kommt noch ein bisschen gaffa drum rum gegen irgendwelche offenstehenden teile und natürlich ein bisschen plastik folie oder irgendwas was ich finde drüber nochmal falls es wirklich irgendwie rein regnen sollte ich denke aber das müsste so gehen und ja wenn wir mal hier drauf werfen ich würde sagen prinzipiell dass wir waren jetzt irgendwie so zwei drei tage da tut sich was es kommen bilder raus ich muss jetzt natürlich noch mit der belichtung und so gucken aber das prinzipielle konzept funktioniert ich denke das ist wieder ein schönes beispiel wie freie software oder allgemein alternative software durchaus so ein produkt was eigentlich ja schon schrottreif ist wiederbeleben kann hier diese kameras wie gesagt wer nutzt so was noch ja schön ich kann fotos machen mit einer auflösung die schlechter ist als mein handy die videos sind glaube ich irgendwie 640 mal 480 die das ding kann das ist jetzt auch nur so mäßig hilfreich also warum so ein ding mitschleppen wenn jedes handy das halt viel besser heutzutage kann und naja das hat man halt ohnehin dabei von daher theoretisch schrott aber dadurch dass wir jetzt hier chdk drauf haben die möglichkeit haben da dinge freizuschalten die eigentlich die kamera so gar nicht konnte in jedem fall halt intervallmäßig bilder zu machen können wir dann entsprechend die kamera dann doch noch irgendwie einer zweitverwertung hier zu führen die hoffentlich irgendwie halbwegs sinnvoll ist ich hoffe einfach mal dass am ende da ein schönes video bei rum kommt mal gucken ist halt ein versuch ob es läuft oder nicht werden wir dann irgendwie in ein paar monaten sehen aber prinzipiell kamera läuft bisher ist sie noch nicht ausgestiegen und ich würde mal sagen damit tut dann dieses chdk was es soll ская 3 4 5 Vielen Dank.